Da, setz dich doch. Ich habe uns auch ein bisschen was vorbereitet. Was soll denn das werden? Nix. Ich dachte, es war doch schön und vielleicht... Willst du mich wieder flachlegen? Das auch. Aber guck mal, du hast neulich auch gelacht, als Carrie bei King of Queens Duck fertig gemacht hat. Ja, aber das ist auch was ganz anderes. Ja, natürlich. Okay, Männer dürfen sich lächerlich machen, das hat Charme. Bei Frauen wirkt es würdelos. Willst du mir damit sagen, dass Frauen nicht komisch sein können? Doch, komisch schon, aber nicht lächerlich. Weißt du, wenn wir zwei Schauspieler wären, dann wäre dieses Gespräch hier eher tragisch. Jetzt. 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 Jetzt.